Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3629 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin völlig frei und lebe nur für den Augenblick. Und dieser Moment ist schön. Ich bin völlig frei und lebe nur für den Augenblick. Und dieser Moment ist schön. Ich bin völlig frei und lebe nur für den Augenblick. Und dieser Moment ist schön. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Der Garten ist zugewuchert. Ich muss einen Gärtner bestellen. Der Garten ist zugewuchert. Ich muss einen Gärtner bestellen. Der Garten ist zugewuchert. Ich muss einen Gärtner bestellen. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Ich möchte vor Freude an die Decke springen. Die beiden Tiere vertragen sich großartig. Die beiden Tiere vertragen sich großartig. Die beiden Tiere vertragen sich großartig. Sie sind unzertrennlich. Was wollen wir heute essen? Die Speisekarte ist auf dem Surfbrett. Mit Hilfe dieser Wagen können unsere Kunden ihre Einkäufe selbstständig wiegen. Mit Hilfe dieser Wagen können unsere Kunden ihre Einkäufe selbstständig wiegen. Mit Hilfe dieser Wagen können unsere Kunden ihre Einkäufe selbstständig wiegen. Ich möchte Alina etwas Persönliches fragen, aber ich traue mich nicht. Also gebe ich ihr einen Zettel. Ich möchte Alina etwas Persönliches fragen, aber ich traue mich nicht. Also gebe ich ihr einen Zettel. Ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Der Termin um 16 Uhr ist leider schon vergeben. Ich kann Ihnen aber einen Termin um 17 Uhr anbieten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe eine neue Brille. Ich habe eine positive Nachricht erhalten, die mich sehr freut. Ich habe eine positive Nachricht erhalten, die mich sehr freut. Alles scheint billiger zu sein, wenn man es digital bestellt. Alles scheint billiger zu sein, wenn man es digital bestellt. Allerdings kommen die Versandkosten hinzu. Alles scheint billiger zu sein. Alles scheint billiger zu sein, wenn man es digital bestellt. Allerdings kommen die Versandkosten hinzu. Allerdings kommen die Versandkosten hinzu. Das ist das richtige Boot für uns. Das ist das richtige Boot für uns. Damit möchte ich über das Meer fahren. Ich muss dir unbedingt zeigen, was ich gerade im Internet gefunden habe. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, warum das so ist. Jeden Tag trainiere ich eine Minute länger als am Vortag. Jeden Tag trainiere ich eine Minute länger als am Vortag. Meine Kondition wird immer besser. Ich darf nicht vergessen, unter der Couch zu saugen. Ich darf nicht vergessen, unter der Couch zu saugen. Da sammeln sich immer die Wollmäuse. Ich darf nicht vergessen, unter der Couch zu saugen. Da sammeln sich immer die Wollmäuse. Bevor wir beginnen, müssen noch fünf Dinge erledigt werden. Ich mache dir eine genaue Liste. Ich mache dir eine genaue Liste. Muss dieser Koffer wirklich noch mit? Es ist kaum noch Platz im Auto. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Schau genau hin. Hier sieht man nach der Bearbeitung deutliche Unterschiede. Schau genau hin. Hier sieht man nach der Bearbeitung deutliche Unterschiede. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin ein Like. Schau genau hin. Vielen Dank.